Ich bin Wiebeke Vögele und ich bin hier im Alpenhotel Mabou und die Geschichte des Alpenhotels hat für über 100 Jahre angefangen, wo die Familie Jähle das gebaut hat. 1918 hat der Großvater von meiner Frau das Haus gekauft von dem Herr Jähle und seit er wird es betrieben von uns. Zuerst die Grosseltern von der Frau und danach Vater und Mutter und danach wir, Frau und ich und jetzt Wiebeke im Karl 1 und die fünf Generationen ist wie man sagt in den Startlöchern. Hier im Alpenhotel Mabou haben wir 18 Dobbelzimmer, die sind aus rustikalem Holz und ganz besonders haben wir noch alte Möbel aus Salzburg und eine ist sogar mit einem Himmelbett. Und unsere Vögelwohnungen, die sind ganz schön ausgebaut, die sind modern, aber gleich nur rustikal. Auch mit Holz und auch schöne Steine in die Badsimmern und die Küchen. Der Saal im Alpenhotel Mabou, der ist ganz schön, der hat super Ausblick, viele schöne Fenster mit einem tollen Ausblick über Mabou. Und wir wollten der ein bisschen moderneren Tick machen, aber nicht der rustikale Verlierer. Und dadurch haben wir uns entschieden, dass wir die Wände schön abschließen. Dann müssen wir nichts Neues machen, aber der alte ist dann schön zum Ausdruck gekommen mit dem hellen Holz. Und die Tische, die sehr gute Qualität waren, haben wir auch abgeschliffen und dann dadurch haben wir das Alte erhalten. Der Alpenhotel Mabou Terrasse, der ist auch ein toller Ausgangspunkt für Wanderungen. Entweder trifft man sich hier zum schönen Wandeln oder man trifft sich hier nach dem Wandeln. Und wir bieten neben den grossen Speisekarten auch ein tolles Angebot an hausgemachte Kuchen. Und dort ganz besonders die Schwarzwälder, die von meinem Schwiegervater, der Jakob Vögle kreiert wurde, ist vor ca. 50 Jahren. Ja, so in etwa. Und er ist immer noch der grosse Renner bei uns. Der Elchbar ist ein toller Treffpunkt für Junge und Alte hier im Album. Da haben wir viele Vogelgäste, die das benutzen als Apro oder Schlummertrunkbar. Und die Einheimischen sowieso, die kommen hier hoch. Und nach dem Skifahren kommen sie in der Elchbar zu einem anderen Ski. In der Elchbar haben wir ein tolles Weinangebot. Wir haben viele verschiedene Weine aus Liechtenstein, Italien, Spanien usw. unten in den Weinschrank. Und da kann man hineingehen und die Weine selber aussuchen. Das ist natürlich schön, dass die Jungen an dem alten Treibbleiben tun, was wir eigentlich gemacht haben. Nicht, dass man plötzlich zusammenreisst und etwas Modernes machen will. Unser Haus hier, wir leben ja von diesen schönen Stuben. Von dem alten rustikalen Haus. Es gibt genug ganz moderne. Und zum Schlafen haben wir ja moderne Zimmer. Und alles andere wickelt sich hier ab im Stammhaus, wie man sagt. Und wir haben eine Freude, dass es so weitergeht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017